Wir wünschen euch einen schönen zweiten Advent. Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs auf dem Premium Wanderweg Hüttenwander-Tour. Wenn ihr wissen wollt, wie diese zwölf Kilometer so sind, dann kommt mit. Guten Morgen aus dem schönen Oberwürzbach. Guten Morgen. Ganz schön düster heute. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.